willkommen zu einem neuen part von pokémon schwarz 2 ja wir sind gerade einen wilden pokémon kampf kampf rein ich bin da gerade ausgehen rhein laufe sowieso hier schon ein bisschen länger herum und hier ist unser nächstes team mitglied ich hoffe mal wir besiegen es nicht noch mal gegen ein zappler denn ein wildes abladen gestern schon gestern letzten part schon gekämpft aber leider haben wir einen kritiker hit bekommen ich habe auch nicht gesagt dass es unser nächstes team mitglied ist aber jetzt ist es offiziell ich habe vorhin schon eins gehabt und aufnahmen startet aber es war wieder ein kritiker hit willkommen zu einem neuen part von pokémon schwarz 2 ich bin gerade ein bisschen herungen gelaufen schon ein bisschen länger und darf ich euch vorstellen unser nächstes team mitglied ein zappler denn hatten wir im letzten part so schon gesehen allerdings haben wir dann ein kritiker hit gelandet und dadurch ist es man die gehörte dieses mal setze ich gleich mal im flotball ein gleich bleibt ja dann gleich drinnen auf level 28 ist ja so weit von uns entfernt bedeutet wir können mit dem auch direkt weiter kämpfen und das sieht doch sehr sehr gut aus willkommen fünftes team mitglied jetzt fehlt nur noch eins und das kommt auch bald das kommt auch bald so sappler denn vom typ elektro jetzt haben wir auch endlich mal etwas gegen flug pokémon zum beispiel oder auch gegen wasser nach dem was hatten wir schon ganz das stimmt aber ja jetzt haben wir auch noch elektro dabei so ein spitzname für das sappler denn habe ich auch schon hatte ich auch schon mal gesagt und zwar wird er heißen luke ist angelehnt an meinen aktiven zuschauer einfach nur luke da war ich dass wir mit der maus am top screen da auch du bist bis jetzt so zum zeitpunkt der aufnahme die videos aktiv verfolgt worauf ich halt natürlich auch sehr stolz bin worauf ich auch sehr danke dankbar bin und als kleines dankeschön ist er das sappler denn und wir haben es jetzt gefangen er ist eigentlich so gut wie gar nicht geschwächt eigentlich gar nicht geschwächt ich schon erstmal kurz ein bericht an das interessiert mich ist vom wesen hastig hat noch keine alten ja gut können wir gleich geben schwebe ok schwebe hat was natürlich mega geil ist weil attacken sind eigentlich die einzige effektive attacke gegen elektro soweit ich weiß oder gibt es noch eine andere glaube nicht bedeutet zappler denn hat momentan nichts auf sich vor kein typ zu fürchten sozusagen verteidigung sinkt und dafür steigt die initiative muss nicht unbedingt sein aber na gut gut naja so funkensprung donnerwelle ladestrahl und tecke dann aber das ist natürlich mega geil lassen wir doch wahrscheinlich bleibt das auch sowieso drin funkensprung ist geil und hier noch eine spezielle attacke ladestrahl und natürlich dann noch tecke was ist höher der angriff ist höher also macht der ladestrahl keinen sinn kommt ladestrahl auch eines taus raus wir suchen uns kurz noch ein item für blut mal aus das reichen item was links erhöht elektroattacken also nicht erhöht sondern stärkt so schauen wir mal von oben mal durch ganz oben so pokémon ein knoten stein wasser ich kann mich auch nicht daran erinnern dass wir auch was zum thema elektro schon mal was hatten oder wir schauen uns das einfach immer durch uns experten gut könnten wir noch geben gehen wir den in der luke erstmal den experten gut stärkt sehr effektive attacken muss von daher ist was dasselbe so dann möchte ich noch bitte auf der 1 haben dass er halt auch erstmal trainiert wird eventuell müssen wir ihn anfangs erstmal auswechseln aber ja es ist schön endlich mal ein fünftes team mitglied zu haben wir waren jetzt schon wieder länger mit nur mit vier team mitgliedern unterwegs und jetzt können wir auch wieder einen schutz einsetzen müssen die letzten die wir hier noch haben fünf stück haben wir noch das sind 1000 schritte ok da ist der nächste trainer ja ich habe jetzt auch wirklich ausgehen danach gesucht weil die häufigkeit von dem zappler sind extrem gering dass ich was da sehr geschockt ich habe auch eine weile gebraucht das so ein im olga das ist natürlich jetzt sehr interessant der wird 30 ja ich wechsle luke noch aus ist mir momentan noch einfach ein bisschen zu riskant so ging im olga was kann man da machen jetzt mal michael ein flugattacken elektroattacken sind überhaupt nicht wirksam von daher hat die flug anpacken die könnten noch ein bisschen rein und macht er da aktuell ist scheiße michael du kannst als erstes an er setzt doppelteam ein muss nicht unbedingt schlecht sein muss aber auch nicht gut sein für uns aber wir treffen trotzdem wunderbar michael ja voll treffer sehr schön super allerdings braucht mich jetzt noch einen super trank ja im olga ist auch krass aus dem vollen grund elektro flug dieser typ kombination ist an sich schon sehr krass aber ich denke mal mit luke sind wir auch sehr gut wie gesagt hier dabei durch schwebe auch halt besonders so alte matter einsetzen genau der drogen gibt es bestimmt was war schon klar ein gelbstück dann gibt es hier rechts noch ein item ein hypotrank uiuiui sehr schön dann gibt es da zwei felsen das ist natürlich die frage wie muss man das dann da bewegt erstmal kämpfen wir gegen den trainer hier ein forscher ist ja klar dass hier ein paar forscher sind bei den steinen hier ein pokémon was setzt ein ein magneton gut da kann ich luke jetzt eher weniger gebrauchen und selber vom typ elektro und als auch noch stahl das kann man da einsetzen ich denke machen die kann was machen mit auf tipp hätte gerne x angriff okay hätte gerne gut erstmal auf level 30 bevor ich wirklich aktiv mit dem kämpfe ist ein das kommt nun wasser oder flug pokémon ob beide paralysiert soll okay jetzt jetzt mal metallklaue ein ist man nicht sehr effektiv aber sollte das magneton auf jeden fall besiegen ja fast der wird 34 bei renne jetzt brauchen wir erstmal kurz ein paar heiler weil mit paralysen kämpfe ich einfach nur sehr sehr ungern so hier und seine heilung will ich jetzt hier nicht haben wo item hat da und weiter geht es viele steine es hier gibt und wir müssen wir nach dort unten gelangen hier auch das ist wieder ein rätsel eigentlich kein schweres rätsel das hier nach rechts schieben und dann sind wir am item dran topschutz wunderbar so dann geht es da oben weiter ich den unteren stein hier einfach wegschieben ich kann nur den oberen richtig richtig nach unten kann ich das versperrt mir nicht den weg okay gut so kommt hier ein pokémon oder ein ewig stein okay gut und beim nächsten trainer gleich auch mal vorlesen was ist hier sonst noch für pokémon und zu welcher häufigkeit gibt auch noch interessant bestimmt für euch oben gibt es auf jeden fall ein item rechts dort hinten kommen wir nicht weiter weil da müssen wir den stein nach links schieben das gar nicht was wir jetzt bekommen haben weil nicht drauf geachtet ein flug juwel werden schon was ein anderes juwel ja hier ist eine brücke ok die elektrolithöhle ich liebe diesen ort zum einen bin ich fasziniert davon hat sich die elektrischen phänomene hier mit mathematischen formeln beschreiben lassen dann ist da auch noch die verbindung der höhle zu den pokémon wie die der menschen zu den pokémon mich ist dies der ideale ort muss aufbrechen um die pokémon zu retten muss der ganzen sache ein ende breiten meine freunde schützen okay wer war das weiß ich jetzt nicht ein bodenjuwel okay das kann ich da unten verschieben jetzt durchzukommen hier ist der nächste trainer gut dann kommen wir mal zu den pokémon die man hier fangen kann auf jeden fall wird das sehr interessant hier gibt es verschiedene sehr gute pokémon und zwar im erdgeschoss und im untergeschoss 1 wir sind momentan wahrscheinlich im erdgeschoss noch also jetzt hat sich hier noch nichts geändert ein dreierkampf geil okay ich weiß jetzt gar nicht welcher pokémon luke michelle und jonas ok mich hätte ich lieber ganz links oder ganz rechts gehabt weil nennen wir dampfalze einsetzen können machen wir später die pokémon weil er zu kontieren drei kampf da muss ich mich jetzt darauf konzentrieren funken sprung auf das faser snob so michelle setzt schaufler sitzt nicht schauflein setzt steinhagel ein trifft alle drei jonas setzt laubklinge auf das dann da mal ein kommt das schafft ja hier ist ein dama wird schon mal getroffen als erstes überlebt aber was es noch sitzt für hühner ein auf luk und jonas das sind dame vergibt sich in der erde sprung auf das fassersnob schade macht nicht ganz so viel schon aber es ist jetzt so langsamer und polisiertheit mich jetzt musst du noch ein steinhagel ach ja na gut geht es auf das richtige pokémon gut wer wird vom schaufler getrauen ich weiß nicht wer das sein wird auf jeden fall macht luke normal funken sprung auf das fassersnob dann wird michel schaufel auf das sandama einsetzen und jonas ich kann leider momentan nichts machen macht mal wachstum angriff und spezial angriff steigt so ok michel wird vom schaufler getroffen wow das macht ja viel schon sieht und ein blut was ist das mit der attacke das fassersnob ist besiegt du kannst immer noch keine werbe ja so wen setzen wir ein für das klick das war ihm ein handy so dann ich weiß nicht soll ich mit luk weiter kämpfen oder sich möchte auch nochmals möchte mal im kampf jetzt noch mal kurz michel ein damit sie auch die ep kriegt so ich hoffe mal das klick wird schnell besiegt so und hier laubklinge sie besiegt aber paralysiert vielleicht greift es nicht an so dass dann damals weg jetzt muss ich auf glück hoffen dass das das luke stirbt der wird 29 schon mal wunderbar 34 für renne hier laufen die ep autonomie das ist doch die attacke von eben nee ist es nicht sehr schön so dann alle drauf drauf dieses blöde klick ja gut und jonas kann nichts machen ersetzt wieder wachstum ein so ein sehr schöner dreierkampf ich habe damit überhaupt nicht gerechnet dass jetzt hier ein dreierkampf dran kommt aber ich finde es geil ich finde es geil wir hatten ein bisschen nur ein dreierkampf wohl moment mal das war unser erster dreierkampf oder nicht wir hatten schon mal ein reihum kampf aber noch keinen dreierkampf stimmt ja geil das ist so überraschend so ich brauche auf jeden fall noch mal ein paar super tränke einmal für luke und einmal für michel luke schon mal 29 ja konnte ich wie gesagt jetzt nicht die pokémon vorlesen weil ist das war der falsche geil gehe jetzt immer kurz hier runter und wieder hoch weil ich habe den falschen stein bewegt den hier werfen müssen damit ich hier hinten an das item ankommen ein magnet magnet das könnte elektrotacken verstärken das weiß ich jetzt aber nicht daher schaue ich mal kurz nach ja nein ist gerade nach so einem item gesucht jetzt haben wir es so austauschen genau weil dann sind elektro dann immer stärker bei expert beim ersten gott ist das ja nur bei attacken die sehr effektiv sind so ihr habt gut das passt alles ein zimmer wieder einsetzen und so jetzt geht es ins untergeschoss auf zum nächsten trainer bitte da ein doppelkampf anscheinend du wärst vorne michel und luke ja die beider sind auf jeden fall ein sehr gutes team aus dem vollen grund michel kann dann am fall zu einsetzen und das trifft ja luke nicht aber das scheinen keine trainer zu sein ich bin da ganz hin und ich bin da jetzt schon ja schön dass dir bis ich habe ja was für dich ein nugget ja von mir kommt bekommst du auch was ein riesen nugget das ist ja sehr sehr viel wert das ist ein nugget nutzerweise schließlich kommt es mir ist da jetzt ganz toll jawohl dieses riesen nugget habe ich gefunden ja nice ja gut das wäre jetzt ein trainer gerade aber gerade bei darüber kämpfen wird auch in zukunft an die bei natürlich dann ein super team sein aber wahrscheinlich sind wir zu wenig gelevelt ja und du kannst wischen aber wunderbar jetzt dann auch wieder hoch also jetzt ein item geben aber ist nicht nicht was ist denn hier und noch ein paar trainer oder was für schöne steine sind doch sind wie gerne würde ich mein zimmer mit diesen schmuckstücken dekorieren würde mich hier niederlassen ist wird mein haus sein mich stets mein schönen stein umgeben bin hier ist der nächste trainer ja gut keine ahnung wo es hier entlang führt wir werden auf jeden fall noch die anderen wege erkunden jetzt habe ich erstmal die chance die pokémon vorzulesen und zwar jetzt im erdgeschoss und im untergeschoss 1 findet man zu einer häufigkeit von zehn prozent ein das knet zu 5 prozent ein sedimantur zu 39 prozent ein whatsapp zu 20 prozent ein kastatur 24 prozent ein klick und jetzt kommt es zu zwei prozent zappler denn zwei prozent zu einem am fahrer sagt auch von typ elektro da michael ich hoffe er wird ein elektroniker einsetzen so dann im untergeschoss 2 wo was jetzt sein wollte ich oder was ja genau schaffler michael bis erster ein kopf strahl im untergeschoss 2 zu 10 prozent ein gasnet zu 5 prozent ein sedimantur zu 36 prozent ein whatsapp zu 20 prozent ein kassadur zu 21 prozent ein klick und zu 8 prozent ein zappler denn war nicht mehr verwirrt sehr schön sehr schön michael ja so dann per staubwelke kriegt man zu 100 prozent ein rotum auf und dann gibt es hier noch so eine ns pokémon keine ahnung was das viele pokémon sind jeweils einmalig ein klick kassadur whatsapp und sedimantur und michael erreicht ein neues level und versucht knirscher zu erlernen ja die erlernen ich gerne wir haben zwar schon mehrere und nicht attacken aber knirscher ist eine schöne physische starke attacke da kommt dann krabb aus wo und immer noch keine entwicklung hier für dich waren wir warte auf eine entwicklung bei michael so unten gibt es noch ein item aber vorher möchte ich noch mal einen superschutz einsetzen oder super tank nee superschutz und ein paraheiler nein paraheiler sagte ich ich hoffe das führt hier zu einer sackgasse weil hier soll ja ein item sein ja ein carbon ok da geht es jetzt wieder zurück mir geht der schutz so langsam wirklich immer weiter aus und dann greifen uns noch viele pokémon an wir sagen was ab aber luke müssen noch ein level höher sein dann kommt weniger pokémon hier vor wird gescheitert natürlich hey ganz auf der elektroball aber trotzdem viel schauen ja gut dann wechsel ich mal kurz um michael dann flüchten wir natürlich braucht jetzt und luke wegen willen pokémon zu betranken hey dann dampfalze ist mir jetzt scheißegal dann wirst du halt jetzt hier besiegt wenn es nicht anders haben willst ja ist klar ist klar ja schau hier ein kp so beutel dann lass mal hier ein paar tränke einsetzen ja und unsere tränke mal auf brauchen weil ich werde in zukunft denke ich mal eher weniger tränke kaufen und wenn dann nur ganz wenig so ich muss mal kurz schauen wie lange wir schon aufnehmen okay der port ist bald vorbei aber jetzt noch nicht jetzt ich möchte luke jetzt auf dem ersten platz nicht auswechseln aber jetzt kommt schon wieder sonst whatsapp ach man ich wechsle gleich aus und wechseln wieder zurück zu luke wenn der trainer kommt so lange bleibt michael mal vorne so bei den beiden waren wir jetzt geht es hier hin ein wildes pokémon na toll ein roten auf ich dachte da kriegt man wieder ein stück aber kann halt auch passieren so durch ach man könnte jetzt so fies sein zu zappladen wechseln mach ich sogar damit es schauffler nicht trifft vielleicht kriegt der zappladen auch selber hin ach ne wir hatten ja knoscher bei michael ja lernt nicht bei zappladen na komm jonas dann komm du mal nach vorne ach man musst du jetzt hier nerven wachstum bei jonas ist auf jeden fall als erster dran so laubklinge das wird es auf jeden fall besiegen da wir ja auch unseren physischen angriff erhöht haben weiter versuchen wir noch also der wolle so richtig zerstücke gut jetzt möchte ich aber hier keine wilden pokémon mehr weil ich möchte jetzt nur noch einen trainer kam und hier ein item ein überball so da ist ein trainer äh kurz wechseln zu zappladen zu luke ne doch ich wollte schon sagen weil er hier mich nicht direkt angesprochen hat ein doktor ok monozyto interessant ist pokémon auf welchem level 32 hm ich weiß gar nicht von welchem typ monozyto ist aber ich wechsel lieber weil es ist auf level 32 einfach geht zu krass komm jonas du normalerweise habe ich ja bei den anderen pokémon immer ähm natürlich was machen wir was machen wir nico du ich möchte irgendwas jetzt hier nicht riskieren aber bei anderen neuen teammitgliedern haben wir es halt immer so gemacht dass ich ausgängig die gelevelte habe bei okay äh luke brauchen wir es halt jetzt nicht weil der relativ gleich auf ist mit uns so finden effektiv ja sehr kannst du ruhig machen wird nicht mal helfen obwohl jetzt glaube ich zwei pokémon daher sehe ich vielleicht doch nicht so verkehrt für ihn da müssen wir jetzt aufpassen welches pokémon wir einsetzen komm molly mohrball oh lol wir haben leider nichts effektives gegen physio mal deine vorentwicklung so vinte und besiegt lol und sehe ich jetzt noch glaube ich nicht oder ja gut so habe schon so mich gewundert wird mein team heilen ja tut er auch dann geht es hier an dieser stelle im nächsten part weiter bis dahin euch noch einen schönen tag und